Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr bei Netflix euer Abo ändern könnt. Ob ihr jetzt nun das am PC macht, am Handy, am Tablet, vollkommen egal. Vielleicht wollt ihr euer Abo erweitern oder ein günstigeres abschließen. Dann müsst ihr euch einmal bei Netflix einloggen. Ich bin bereits eingeloggt. Ihr müsst euer Profil entsprechend auswählen und dann habt ihr hier auch den Unterpunkt Konto. Dort einmal draufklicken und dann kommt ihr in eure Kontodetails hinein. Dann habt ihr hier Abo-Details und hier könnt ihr auch schon sehen, welches ihr aktuell abgeschlossen habt. Wenn ihr das jetzt ändern wollt, dann geht ihr hier auf Abo ändern und hier seht ihr nochmal, welches ich abgeschlossen habe. Jetzt könnt ihr eben die weiteren Modelle auswählen. Wenn ihr jetzt ein weiteres hier unten einmal anklickt und auf Weiter klickt, dann wird euch auch gesagt, was passiert. Derzeitiges Abo kostet so viel, das neue würde dann so viel kosten und das neue Abo würde dann entsprechend mit Ablauf des alten Abos beginnen. Hier wäre es der 2.9. Heute haben wir den 8.8. Also das Monat müsste noch zu Ende gebracht werden. Wenn ich jetzt hier die Änderung bestätige, dann ist das Ganze durchgeführt. Ich hingegen habe ein bisschen schmaleres Budget und bleibe bei diesem Abo hier. Aber so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, das Video war informativ. Hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne ein Abo dalassen. Bis dann, euer MacPaviric. Das ist ein habt Chris. These zwei Abo.